Musik Der Wells Quay Park hat auch heute noch eine fast unberührte Wildnis. Nur ein ganz kleiner Teil im Süden des Parks ist erschlossen. Dort gibt es eine kleine Straße. Von den über 130 Wasserfällen des Parks sind nur zwei mit dem Auto erreichbar. Sieben weitere auf mühseligen Wanderwegen. Musik Wir wohnten hier am Rande des Wells Quay Park in der Helmken Falls Lodge, die in den 40er Jahren von zwei Trappern erbaut wurde. Damals konnte man diese Lodge nur zu Pferd erreichen. Musik Musik Musik